Willkommen zurück hier im Montag, heute mit den Top 3 Gründen, warum du Frauen ansprechen solltest. Wenn du hier schon ein bisschen länger auf dem Channel dabei bist, dann weißt du ja, dass es hier genau darum geht, Frauen anzusprechen, mehr Erfolg mit Frauen. Und Frauen ansprechen bedeutet auch, Frauen im Alltag ansprechen, Frauen im Club ansprechen kann das eben auch bedeuten. Aber allgemein Frauen kennenlernen, sich mutig zeigen, über seine Grenzen gehen, neue Frauen kennenlernen und mehr Erfolg mit Frauen haben. Und heute habe ich dir die 3 Top Gründe mitgebracht. Wenn du vielleicht noch ein bisschen unentschlossen bist oder auch wenn du dich nochmal zurückerinnern möchtest daran, warum das denn so eine wichtige Sache ist, warum du regelmäßig Frauen ansprechen solltest. Und Grund Nummer 1 ist, weil es sich auf dein gesamtes Leben positiv auswirkt. Das ist eine der geilsten Sachen beim Frauen ansprechen überhaupt und das ist einer der Gründe, warum auch ich immer noch dabei bin, warum auch ich immer noch begeistert dabei bin. Bei mir ging es niemals nur um das Thema Frauen. Natürlich, wenn du Frauen ansprichst, dann ergeben sich daraus Dates, ergeben sich daraus Beziehungen, Sex und so weiter. Und das ist natürlich auch der Grund, den viele Leute vorrangig im Kopf haben. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber was dir klar sein muss ist, das ist nicht nur der Frauenbereich, den du verbesserst, wenn du Frauen ansprichst. Du verbesserst dich in deinem gesamten Leben. Jeder, der das ein bisschen schon mal gemacht hat, weiß, was ich meine. Du wirst kommunikativer allgemein, deine sozialen Fähigkeiten steigen. Du wirst mutiger. Du gehst regelmäßig in deine Grenzen, stellst dich immer wieder Herausforderungen. In so Situationen wie Berufssituationen oder anderen sozialen Situationen bist du auf einmal viel lockerer, viel entspannter, weil du es ja bereits gewohnt bist. Ich meine, ganz ehrlich, für wen ist es noch ein Problem, im Freundeskreis neue Leute kennenzulernen oder auf einer Party neue Leute kennenzulernen, wenn er in der Lage ist, auf der Straße Frauen anzusprechen? Kalt. Wenn du diese Fähigkeit hast, dann sind viele andere Sachen gleich viel, viel einfacher. Du lernst Durchhaltevermögen. Du lernst Disziplin. Du lernst mit problematischen und schwierigen Situationen umzugehen. Die meisten Leute machen es heutzutage so, dass sie den Problemen eher aus dem Weg gehen, aber du stellst dich aktiv Problemen, weil wenn man Frauen anspricht, dann kommen immer wieder neue Herausforderungen. Dann passieren immer wieder Dinge, mit denen man umgehen können muss. Man muss spontan sein, man muss reagieren. Man wird sich in Situationen wiederfinden, bei denen man nicht weiß, was man tun soll oder an denen man sich auch unsicher fühlt oder einfach überfordert. Und dann muss man damit umzugehen lernen und das stärkt dich als Mann, dich als Person, als Persönlichkeit. Männer, die wirklich viele Frauen angesprochen haben, die das regelmäßig gemacht haben, die erkennst du auch daran, dass sie eine Art außergewöhnliche Persönlichkeit haben. Das sind einfach Menschen, bei denen du merkst, die haben was erlebt, die haben gelebt. Also für mich ist das gleich und war das immer gleich. Frauen ansprechen bedeutet auch irgendwo leben. Ja, weil es ist immer was Neues. Es ist immer neue Erfahrungen mit jeder Frau. Du kannst tausende Frauen, zehntausende Frauen angesprochen haben und du weißt nicht, was mit der nächsten Frau passiert. Du weißt es einfach nicht. Wenn du für zehn Jahre lang Mathe gemacht hast, dann weißt du genau, das sind die Regeln, das sind die Formeln, das wird jetzt kommen. Dich kann da wenig überraschen. Aber hier, in diesem Moment, du weißt nicht, was kommt. Es ist immer wieder neu. Es ist immer wieder spannend. Und das ist eine wunderbare Sache, die zum Beispiel auch deinem Leben so einen, ja, Touch von Neuem, Touch von Abenteuer geben kann, wenn viele Sachen vielleicht ein bisschen eintönig bei dir sind. Das ist ein riesiges Abenteuer und ich bin wirklich traurig um jeden Mann, der diese Erfahrung niemals gemacht hat in seinem Leben. Der niemals die Erfahrung gemacht hat, mal wirklich zu gucken, was ist möglich bei mir, was für Frauen kann ich bekommen, wie mutig bin ich, was kann ich überhaupt alles. Weil das ist auch eine Sache, die du merkst, wenn du Frauen ansprichst, was du eigentlich alles kannst. Ja, du denkst vielleicht, du kannst so viel, aber du wirst dann merken, du kannst so viel, dein Potenzial ist so viel größer und das ist unglaublich inspirierend. Und der erste, beziehungsweise auch der Hauptgrund für mich, warum du Frauen ansprechen solltest. Die zweite Sache ist, dass du Frauen ansprechen solltest, weil es keine effektivere Möglichkeit gibt, schnell und viele Frauen kennenzulernen. Nichts, was du tun kannst, bringt dich so schnell zu Dates, bringt dich so schnell zu neuen Frauen wie das. Ich könnte jetzt rausgehen für eine Stunde und würde in dieser Stunde wahrscheinlich fünf neue Frauen kennenlernen. So einfach. Und es wäre überhaupt kein Umstand für mich. Wo ich vielleicht sonst in einem Jahr, wo ich das nicht gemacht habe, wo ich zum Beispiel damals in der Schule war, vielleicht habe ich in einem Jahr zwei, drei neue Frauen kennengelernt. Das kann ich an einem Tag machen. Meine Auswahlmöglichkeiten, deine Auswahlmöglichkeiten sind riesengroß. Wenn du Frauen ansprichst, wenn du es kannst, wenn du es nutzt, dann kannst du aus einem riesengroßen potenziellen Kreis von Frauen aussuchen. Dann kannst du dir wirklich die Frauen auch aussuchen, die zu dir passen und nicht einfach irgendeine Frau, die gerade zu dir hergelaufen kommt und du denkst dir, scheiße, sonst kriege ich ja sowieso nichts anderes, deswegen nehme ich das jetzt mal. Du musst dich auf keine blöden und faulen Deal mal einlassen, weil du einfach realzeit Frauen kennenlernen kannst. Das ist eine super, super starke Sache. Du bist frei, du bist unabhängig von der einen Frau, weil du weißt, egal was passiert, ich kann morgen rausgehen und kann neue Frauen kennenlernen. Ich muss mich auf keinen Scheiß einlassen. Ich muss mir auch keinen Scheiß von Leuten gefallen lassen, weil ich habe unglaublich viele Möglichkeiten und du hast unbegrenzte Möglichkeiten. Es sind unglaublich viele Frauen da draußen. Die ganze Welt ist voll und du musst diese Möglichkeiten nur nutzen. Und die dritte und letzte Sache, warum du unbedingt Frauen ansprechen solltest, ist, weil es dir einen enormen Wert mitgibt. Ein Wert für die Frauen, aber auch ein Wert für die Männer. Wenn du in der Lage bist, Frauen regelmäßig anzusprechen, dann bist du der King. Nicht nur unter Frauen, auch unter Männern, unter deinen Freunden. Stell dir mal vor, du bist mit deinen Freunden unterwegs und du bist immer der Typ, der die neuen Frauen anspricht. Du bist immer der Typ, der Frauen dazuholt. Andere Typen lernen wegen dir Frauen kennen, weil du sie dazuholst, weil du sie ansprichst. Und so bist du unglaublich schnell der King unter Männern, der Typ, mit dem alle unterwegs sein wollen, weil sie wissen, wenn sie mit ihm unterwegs sind, dann haben sie Spaß, dann lernen sie Frauen kennen. Und wenn du diesen Wert mitbringen kannst, für andere Männer ist das enorm und hilft dir natürlich auch krass dabei, Freundschaften aufzubauen, neue Leute kennenzulernen. Natürlich neue Leute kennenzulernen, du sprichst dir auch die ganze Zeit Frauen an. Und das kann dir übrigens auch, wenn du es schlau angehst, noch viel weiterhelfen. Es geht nicht darum, Frauen ansprechen, flirten. Vielleicht lernst du auch jemanden kennen, vielleicht eine gute Freundin oder vielleicht eine Geschäftspartnerin. All das sind Möglichkeiten, die sich dir eröffnen, wenn du Frauen ansprichst, wenn du fremde Leute ansprichst. Und deswegen solltest du diese Fähigkeit lernen und solltest dich unbedingt auf diesen Weg begeben. Und wenn dich das jetzt nicht motiviert hat, dann weiß ich es auch nicht. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie motiviert du bist, was dich vielleicht noch auffällt, warum du motiviert bist, Frauen anzusprechen. Und dann freue ich mich, dass du heute wieder hier warst. Sehr, sehr geil. Links neben mir kannst du den schnell amonieren. Wenn du durchstarten willst mit mir an deiner Seite, kannst du dich unter mir für ein Coaching bewerben, dann begleite ich dich die nächsten drei Monate und wir rocken das Ganze, bring deinen Erfolg mit Frauen auf das nächste Level, sodass du all diese Vorteile genießen kannst, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe. Unten rechts kommst du zu einem Video, in dem ich dir erkläre, wie du ein großartiges Date gestaltest. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schaust dir unbedingt an, um auch bei deinen Dates großen Erfolg zu haben. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.